Ihr werdet mich nicht mögen, weil ich hart bin. Je mehr ihr mich hasst, desto mehr werdet ihr lernen. Ich bin hart, aber ich bin fair. Rassistische Bigotterie gibt's hier nicht. Ich kenne keine Vorurteile gegen Nigger, jeden Spaghetti ist Latinos. Hier seid ihr alle zusammen gleichwertlos. Und meine Ordner lautet, alle Schlappschwänze auszusondern, die nicht kräftig genug sind für mein geliebtes Chor. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und heute geht es mal um meine drei Verliereraktien 2018 und um das Thema Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin. Wie wir es im Intro auch schon gesehen haben, stellt euch einfach mal vor, dieser Gunnery Sergeant Hartman von Full Metal Jacket, dem Klassiker, ist jetzt nicht dieser Soldat, der zu den anderen Soldaten spricht, sondern das ist im Endeffekt der Markt, der zu den Marktteilnehmern, also zu den Aktionären spricht. Und jetzt sagt, nun ja Leute, wenn es mal schlecht läuft, dann ist es meine Aufgabe, die Schlappschwänze auszusortieren, die nicht bereit sind für den Aktienmarkt. Und ich finde, das passt eigentlich perfekt zum heutigen Thema und dem Thema Verlustaktien. Ich werde am Anfang ganz kurz mal auf die drei Verlustaktien eingehen und da gibt es auch gar nicht viel zu sagen, denn alle drei Aktien werde ich weiter in meinem Depot halten. Ich zeige euch aber einen kleinen Trick, anhand dessen ihr eigentlich ziemlich gut für euch feststellen könnt, ob Aktien, die ihr im Depot habt und die vielleicht auch nicht gut abgeschnitten haben dieses Jahr, ja, weiter halten solltet, ob ihr sie nachkaufen solltet oder, ja, vielleicht, ja, gar nichts tun solltet. Jedenfalls, und das denke ich mal, ist bei jedem der Fall, der DAX ist irgendwie um 18% abgerutscht dieses Jahr, der MDAX irgendwie um 15%, der europäische Aktienindex ist auch nicht unbedingt gut abgeschnitten, ja. Ich finde es sowieso ein Wunder, wenn ich jetzt in meine Performance reinschaue, dass 2018 insgesamt sowieso überhaupt noch eine grüne Rendite dasteht, ja. Aber, ja, deswegen denke ich, wird jeder von euch auch ein paar Verliereraktien im Depot haben. Falls nicht, umso besser, freut euch. Falls ja, dann könnt ihr vielleicht diesen Trick gleich auch anwenden, den ich euch gleich zeige. Jetzt aber zunächst einfach mal auf die Wertpapiere, bevor wir dann auf das eigentlich wesentlich wichtigere Thema Selbstdisziplin kommen. Also, ich habe hier mit großem Abstand auf Nummer 1 die Ryanair Holdings auf, ja, minus 28,8% im Jahr 2018. Aktuell beträgt der Marktwert 9.130 Euro. Es waren mal fast 13.000 Euro. Das heißt, diese Aktie hat sich wirklich schlecht dieses Jahr entwickelt. Mehr zu Ryanair und warum ich zum Beispiel Ryanair sogar neulich erst nachgekauft habe und überhaupt gar nicht denke, aktuell dann zu verkaufen, erfahrt ihr auch im Podcast Nummer 151 auf dem Aktien-mit-Kopf-Blog. Ja, die fundamentale Analyse zu Ryanair, die habe ich ja mit Jonathan schon im Podcast Nummer 89 gemacht, wo ich so ein bisschen euch informiert habe darüber, warum ich die Aktie interessant finde. Und jetzt habe ich nochmal einen neuen, aktualisierten Podcast gemacht. Und dann gibt es aber neben Ryanair noch, wie man sehen kann, einige andere Verliereraktien. Wichtig hier zu beachten, das ist jetzt einfach nur eine Liste an Aktien. Das ist nicht mein aktuelles Depot. Da sind zum Beispiel auch noch Aktien drin, die ich schon gar nicht mehr im Depot habe. Aber das ist ja hier so, wenn ihr bei Portfolio Performance einfach Werte eingibt oben und anlegt, dann heißt es ja nicht, dass diese noch in eurem Depot sein müssen. Denn ihr tragt ja auch genauso wie ich fleißig hoffentlich alle eure Käufe und Verkäufe dann jeweils in euren Konten hier ein. Ja, hier habe ich schon wieder gestern 10.000 Euro überwiesen, denn ich würde noch dieses Jahr ein bisschen Aktien kaufen. Okay, gehen wir mal zurück in die Wertpapiere und dann sehen wir hier Nummer 2 ist mit minus 24% die Fuchs Petrolop. Ja, die steht aktuell nur noch bei 34 Euro, obwohl sie noch keine Dividende gezahlt hat. Und der Einstandskurs war bei mir 45 Euro für die Vorzugsaktien. Ja, könnte ich direkt mal nachkaufen, sehe ich gerade. 3.785 Euro ist der Marktwert von 5.000 Euro knapp. Und dann haben wir als letzte Verliereraktie, die ich mitgebracht habe, heute noch die Data Group. Da ist der aktuelle Marktwert noch 11.400 Euro, ausgehend von fast 14.000 Euro mal, minus 18%. Bei der Data Group zum Beispiel, da ist mein Investment Case trotzdem intakt, nur weil die Aktie jetzt eingebrochen hat. Das ist für mich jetzt kein Grund zu verkaufen, denn ich bin weiterhin von der Story, die die Data Group fährt, überzeugt. Der Umsatzanstieg jetzt im letzten Quartal war bei über 20%. Ja, EBIT-Anstieg war sogar bei 27%. Das Unternehmen entwickelt sich weiterhin gut. Wer auf der Bechtler-Hauptversammlung, nicht Hauptversammlung, sondern auf der Bechtler-Veranstaltung war, der weiß auch, dass der deutsche IT-Markt, also IT-Dienstleister-Markt und Outsourcing-Markt ziemlich fragmentiert ist, ziemlich viele kleinere Nischenanbieter sozusagen. einen immer komplexeren und komplizierteren Markt hier abdecken und dass dann solche Unternehmen wie Bechtle und Data Group davon eben profitieren. Auch wenn man sagen muss, es gibt natürlich eine Menge von Risiken auch, gerade bei solchen kleineren Unternehmen insgesamt. Gut, Bechtle ist ja jetzt schon etwas größer als Data Group. Und zwar auch vor allem in Bezug auf die Mitarbeiter, aufs Personal, weil IT-Mitarbeiter werden überall händeringend gesucht und die besten IT-Mitarbeiter, die können sich natürlich mehr oder weniger aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Und dieses Problem hatten wir auch auf der Besprechung dann, dass zum Beispiel Lidl gerade viele Bechtle-Mitarbeiter an verschiedenen Standorten ködert mit ziemlich attraktiven Sternekoch, mit besserer Bezahlung, mit Kinderbetreuung und so weiter. Und somit natürlich die besten Mitarbeiter auch nicht unbedingt bei solchen kleinen Unternehmen nur arbeiten und Optionen haben, sondern auch zu anderen Unternehmen rüberziehen können. So, grundsätzlich aber, ich will jetzt nicht zu viel auf die einzelnen Unternehmen eingehen. Jeder von euch kann sich selber einfach die Frage stellen, wenn man jetzt diesen Marktwert von den Verlustpositionen einfach mal aufaddiert. Und das sind jetzt bei mir, wenn ich jetzt 11.400 plus 3.758 nehme, plus nochmal, runden wir das Ganze mal ein bisschen ab, sonst wird es wieder peinlich, wenn ich mich verrechne hier, plus 9, also sagen wir mal ungefähr so 24.000, 25.000 Euro, hoffentlich richtig. Dann vergleiche ich jetzt diesen Marktwert überhaupt nicht mit dem ursprünglichen Ausgangswert. Was ich sage, oh, ich habe jetzt so und so viel Verlust gemacht und so weiter. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich stelle mir jetzt einfach vor, dass diese 25.000 Euro hier auf dem Tisch liegen, ja, so wie bei Coco Petkov immer in den Videos, in 500 Euro Scheinen, ja, liegen die dort und ich stelle mir jetzt einfach vor, wenn ich dieses Geld jetzt habe, aber diese drei Aktien nicht im Depot hätte, würde ich sie dann jetzt wieder kaufen? Ja oder Nein? Und darüber könnt ihr euch mal ganz in Ruhe jetzt mit ein bisschen Bratapfel-Tee und Spekulaties von mir aus Gedanken machen und überlegen, würdet ihr diese Aktien wieder kaufen und wenn nein, warum nicht? Was wären die Alternativen? Und wenn ihr dann sagt, nein, ich würde diese Aktien eigentlich nicht wieder kaufen, dann ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen, auch sich mal von einer Verliereraktie zu trennen. Ich würde aber aufpassen, ja, dass es nicht nur emotional getrieben ist, weil man einfach sauer oder traurig und enttäuscht ist, weil die Aktie gefallen ist, sondern dass man sich wirklich fundamental anschaut, hat sich der Grund, warum ich damals investiert habe, wirklich stark geändert, ja oder nein? Davon sollte man das meiner Meinung nach abhängig machen und so mache ich das jedenfalls. Und dann kann ich eigentlich ziemlich gut immer für mich so festlegen, ja, kaufe ich jetzt eine Aktie oder verkaufe ich die Aktie, ja? Okay, ja, aber grundsätzlich damit, deswegen habe ich auch mit den Gewinner, mit den Verliereraktien angefangen dieses Jahr am Ende und nicht mit den Gewinneraktien, die ja auch im nächsten Video dann wieder kommen, weil ich finde es einfach unglaublich wichtig, auch über die Verliereraktien zu sprechen. Und jetzt kommen wir mal auf dieses ganze Thema, ja, Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin. Da habe ich für euch mal die Definition rausgesucht bei Wikipedia und zwar Selbstdisziplin bezeichnet ein stetiges und eigenkontrolliertes Verhalten, das einen Zustand aufrechterhält oder herbeiführt, indem es Anstrengungen aufwendet, die den Ablenkungen von einer Zielvorgabe entgegenwirken. Und wenn wir diesen Satz uns auf der Zunge zergehen lassen und so ein bisschen drüber nachdenken, dann merken wir, wie wichtig es ist, Selbstdisziplin sich anzutrainieren, wenn man langfristig am Aktienmarkt Erfolg haben möchte. Und dass diese Phase, die jetzt gerade am Aktienmarkt ist, 2018 war einfach ein Jahr, wo wahrscheinlich es für viele Anleger, die diesem Kanal folgen, nicht so gut abgeschnitten hat, wie 2017, 2016 oder 2015. Und jetzt merken einfach viele Leute, es geht halt eben nicht nur eben nach oben. Und wenn ich jetzt aber gucke, was sind denn die ganzen Ablenkungen, die dieser Zielvorgabe von langfristigem Erfolg entgegenwirken, dann sind das für mich all diese ganzen Dinge, die täglich am Markt passieren, die ganzen politischen Börsen, all die ganzen, so sichern sie jetzt ihr Depot ab, Werbungen und so weiter. Immer dieser Mr. Market, der im Endeffekt uns davon abhalten will, diszipliniert weiter unsere Strategie durchzuziehen. Und zwar stetig. Und das bedeutet für mich eben, dieses stetig und eigenkontrolliert bedeutet eben, dass ich sowohl in schlechten Zeiten weiter investiere, wie auch eben in guten Zeiten. Und nicht jetzt auf einmal anfange, meine Strategie über den Haufen zu werfen, nur weil ich irgendwie diesen durchaus menschlichen Trieb entsprechen möchte, dass ich nämlich keine Verluste machen möchte. Aber da trennt sich eben die Spreu vom Weizen meiner Meinung nach. Und um es in den Worten von Gunnery Sergeant Hartman zu sagen, sind diese ganzen Ablenkungen am Markt nichts weiter als ein unorganisierter Haufen von amphibischer Urscheiße. So formuliert er es jedenfalls. Und eigenkontrolliert bedeutet eben, dass ich mich davon nicht beeinflussen lasse, sondern dass ich ganz normal meine Strategie eben weiter durchziehe. Und je mehr ich das tue, je mehr ich auch in verlustreichen Jahren weiter investiere, desto disziplinierter werde ich und desto einfacher ist es, beim nächsten Mal das Ganze auszuhalten und desto und umso mehr werde ich langfristig belohnt. Das ist, jeder, der zum Beispiel auch trainieren geht, kennt das. Wenn ich morgens total Bock habe zu trainieren und richtig Lust habe, ich treffe mich vielleicht mit einer neuen Freundin im Fitnessstudio oder mit einem Kumpel, mit dem ich schon lange nicht mehr gesehen habe und ich habe richtig Bock zu trainieren, der Booster wirkt auch schon. Dann ist es einfach. Dann kann jeder zum Training gehen. Genauso wie jeder, der wieder zu Januar jetzt seine Neujahrsvorsätze macht, dann zwei Wochen trainieren geht. Das ist einfach. Aber schwierig wird es eben dann, wenn man keinen Bock hat, trainieren zu gehen. Aber was merkt man jedes Mal, wenn man keinen Bock gehabt hat zu trainieren und trotzdem hingeht, fühlt man sich danach eben trotzdem wieder besser und wird belohnt. Und nur, wer eben auch in diesen schlechten Zeiten trainieren geht, der wird auch langfristig Muskeln aufbauen und fit bleiben. Und genauso ist es eben am Aktienmarkt. Also halten wir fest, macht einfach mal den Trick, dass ihr den Marktwert eurer Verliereraktien aufaddiert und euch dann überlegt, würde ich jetzt diese drei Aktien oder was auch immer es jetzt bei euch sind. Also drei ist einfach vollkommen willkürlich. Ihr könnt es auch mit zwei oder mit vier oder mit fünf Aktien machen oder mit allen Verliereraktien von mir aus. Das ist vollkommen egal. Dann könnt ihr das für euch selbst besser in Zukunft vielleicht überlegen. Also ob ihr noch weiter nachkauft, ob ihr einfach haltet oder ob ihr verkauft. Und ein weiterer Punkt ist der, ihr könnt doch einfach mal für euch jetzt ein Fazit ziehen. Wenn zum Beispiel jetzt so ein Jahr, nehmen wir mal an, euer Depot ist stark ETF-gewichtet in Europa und ihr habt jetzt tatsächlich irgendwie aufs Gesamtjahr insgesamt im Depot nicht irgendwie noch plus sieben oder so, sondern 20% im Minus. Kann ja auch sein. Kann durchaus vorkommen. Dann seid ihr deswegen jetzt kein schlechterer Investor oder so. Ihr müsst euch einfach jetzt fragen, ist diese vielleicht 80, 90 oder sogar 100% Aktienstrategie für mich eigentlich geeignet. Wenn nicht, ist es überhaupt kein Problem. Wir sind hier nicht im Vietnamkrieg wie in dem Video am Anfang und es geht nicht darum, irgendwelche Schlappschwänze auszusortieren, sondern es geht vielleicht einfach nur darum, dass wenn ihr merkt, dass es zu volatil für euch war, ihr einfach auch mehr Geld wieder aus dem Markt rausnehmen könnt, vielleicht nur noch 50 oder 60% in Aktien habt und den Rest irgendwo anders investiert. Ist doch überhaupt kein Problem. Solange ihr euch selbst besser einschätzen lernt, habt ihr trotzdem was gelernt und trotzdem werdet ihr gewinnen. Und hier einfach mal als simples Beispiel. Wir haben jetzt hier die Apple-Aktie in gelb dargestellt, die letzten 5 Jahre. Und da sieht man halt, hat gut abgeschnitten insgesamt, aber ist auch verdammt volatil. Und das heißt auch, wer jetzt zum Beispiel in den letzten Monat irgendwie genau zum falschen Zeitpunkt Apple gekauft hat und dann ging sie erst mal richtig ordentlich wieder nach unten, der hat halt eben in diesem Moment häufig diese kognitive Dissonanz. Die habe ich auch, das ist vollkommen emotional, menschlich, dass man zum Beispiel auf seinen Depotwert auch guckt. Ich gucke darauf und sehe irgendwie an einem guten Tag oder was war Ende Quartal, Ende Quartal 3 oder so, da war das hier irgendwie teilweise schon auf 170.000 Euro. Ja. Und auf einmal sinkt es wieder auf 150.000 runter. Ja. Dann investiere ich 10.000 Euro nach, dann sinkt es aber trotzdem nochmal irgendwie weiter runter. Und emotional gesehen denkt man so, Alter, bin ich eigentlich dumm? Ich schmeiße die ganze Zeit immer wieder Geld hinterher. Ja. Und das ist einfach ein ungutes Gefühl, aber man weiß trotzdem, dass es wichtig und richtig ist. Diese Apple Anleihe zum Beispiel, wenn ich mal hier rauf gucke, habe ich einfach mal eine gesucht, die gibt einem, ja, jedes Jahr ein Zinscoupon von 3,8% und dann weiß man, okay, ich habe mit relativ hoher Sicherheit bei Apple immer jährlich diesen Zinscoupon, okay, und habe dafür aber eben nicht diese Volatilität, aber natürlich auch nicht diese hohe Rendite und dieses hohe Renditepotenzial nach oben hin. Aber ich habe dann einen wesentlich ruhigeren Depotverlauf und deswegen ist es überhaupt kein Problem, einfach auch ein bisschen in Anleihen von Unternehmen oder so umzuschichten, wenn man sich denkt, dass, ja, die Aktien einfach zu volatil sind. Ja, soviel zu meinen 3 Verliereraktien und so ein bisschen Selbstdisziplin am heutigen Tag. Also denkt immer dran, wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat sie meistens auch nicht, wenn sie steigen. Und in diesem Sinne würde es mich interessieren, was sind so eure Verliereraktien dieses Jahr, was gedenkt ihr zu tun und dann sehen wir uns dann im nächsten Video, wenn es auch ein bisschen um die Gewinneraktien geht. Rationale Grüße, ciao, ciao.